hallo messerbegeisterte ich bin der serge von ebishop sportatlantis ich möchte euch heute ein neues modell zeigen und zwar das ist ein neues berserker modell ich habe hier drei stück vorbereitet das wäre jetzt zum beispiel eins aus 1000 lagen damast mit karellischer maser birke das teil hat ein holzschliff das ist ein absoluter schnittteufel die länge der klinge ist auf jeden fall über 120 millimeter also paragraf 42 ist es nicht konfirm ist es nicht so eine schöne natur natur belassene maser birke hier oben ist noch ein daumen jimping die mulde ist praktisch hier geht es geht es in die klinge rein und dadurch hat man da auch so einen kleinen fingerschutz so 1000 lagen damast mit karellischer maser birke natürlich so eine ganz typische robuste messer lederscheide ja das ganze ist hier richtig fest dann habe ich hier ein berserker die klinge ist praktisch hier gleich das ist auch 1000 lagen damast jedoch ist hier der griff ein bisschen verändert das ist hier nur aluminium ein paar einlagen zwischendrin dann habe ich hier wänge das afrikanisches holz und dann hier abschluss auch mit duraluminium und mit dem selben griff gibt es gibt es noch ein berserker mit birkenrinde genau das ist so birkenrinde das können sie dann bei mir im ebay shop auch mal nachsehen ja hier ist das teil das sitzt richtig super in der hand hier mit dieser mulde halt das ist sag ich immer wie eingegossen wie mit metall eingegossen zieht das in der hand ja dieses damast ist halt richtig richtig hart ein und sicht 61 bis 62 rockwil hier genauso ist das ganze also relativ einfach gemacht aber das mehr braucht auch so ein messer nicht ja das ist ein alle messer die ich habe sind arbeitsmesser und so was kommt man sehr gut zurecht dann habe ich hier noch ein berserker mit einem ähnlichen mit ähnlichen griff form wie aus maser birke hier habe ich hier eine andere stahlsorte das ist jetzt der zwei stahl mit ganz 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 feinem stonewash das sieht richtig richtig also mir gefällt es persönlich so richtig 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 schön sieht richtig geil aus und dann diese diese griff form wie beim ersten auch das ist jetzt hier schwarzer einbuche und der zwei stahl und dasselbe auch hier also richtig schöne flachschliff vorne mit messing und einlagen drinnen so sieht das ding aus also die ganze technische daten können sie auf jeden fall so bei mir im ebay shop nochmal nachsehen also die länge breite und die dicke und so weiter das steht alles bei mir im shop drin das können sie alles dort nachsehen also wieder das ist ein neues berserker modell und so sieht das teil aus lederscheide hier wieder auch geht schön rein richtig fest also leute wenn euch das video gefallen hat dann daumen hoch abonniert meinen kanal dann verpassen sie auch nichts und ja stellen sie fragen wenn sie fragen haben in kommentaren und auf diese stelle sage ich danke schön und auf wiedersehen